Hey Leute Willkommen zu der nächsten Folge von Rocket League und natürlich wieder zusammen mit dem Flo, hallo! Ich habe eine neue Maus, er hat einen neuen Controller, deswegen nicht wundern wenn wir nicht ganz so gut sind. Wer wissen will welche Maus ich habe, kann mal in die Videobeschreibung gucken. Ist auf jeden Fall eine sehr sehr coole, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt, irgendwas von Logitech. Ist auf jeden Fall eine sehr sehr coole, liegt gut in der Hand, aber ich muss mich noch ein bisschen angewöhnen, der Flo hat einen Controller, welcher ist das? Steam Controller. Steam Controller genau und ja da muss er sich auch erstmal ein bisschen angewöhnen, aber mit denen, mit der Maus, mit dem Controller werden wir noch besser, ich schwöre es euch. Guck mal die Vorlage von mir und er macht sie fast selbst rein. Guck mal. Haaaaaaah! Nein! Scheiße, wir hätten da halt jetzt ein Tor machen müssen eigentlich. Sauber, du hast ihn weggekickt. Also das hätten wir jetzt echt knipsen müssen. Alter, ich habe mich verdrückt. Oh mein Gott! Du hast so gerettet, Alter! Das war Glück pur ey. Ich habe mich halt verdrückt gehabt. Nein! Oh nein! Der geht nicht. Ne, ne. Hu! Ha! Ah! Ey, der Kick! Nein! Ha! Ich bin nicht im Tor, ich bin nicht im Tor. Du! Lol! Komm jetzt! Er kickt den weg. Ich habe keinen Hitro, aber ich warte in der Mitte und lauer. Oh, er kickt den wieder weg. Der grüne ist nicht so gut, aber der andere. Der blaue. Der blaue. Ja, ja. Der ist besser. Mit dem blauen Auto. Aber die haben keinen Rang. Also, ich kann die nicht ganz einschätzen. Ey! Was? Ja! Wäre cool, wenn wir den Ball mal wieder vom Tor wegbekommen. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir den Tor. Jetzt machen wir den Tor. Okay, mach Vorlage. Okay. Kannst du es besser? Okay. Kannst du doch nicht. Nein! Das macht ihr da. Bats! So, jetzt geht er rein. Ach, Mann. Der wäre den die ganze Zeit ab, Mann. Was hat der überhaupt für ein Auto? Was ist das? Das ist der Mantis, glaube ich. Ja, als ob. Ha! 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 Was weißes behindert. Guck mal, ich war hier dran. Aber es hat nichts gebracht. Der ist einfach zu gut. Ne, eigentlich müssen wir das schaffen. Komm. Steig dich an. Okay. Jetzt klaut er mir das Nito. Ich. Ob es sagt. Nicht du, der andere. Eben. Wollte gerade schon sagen. Oh, ich habe auch nicht deinen Namen gesagt. Ha! Ja, ja, ja. Komm. Oh nein, der Grüne. Ah! Was machen wir eigentlich, Mann? Wollte nicht. Kann doch nicht sein. Jetzt! Der geht. Kaboom, komm, mach was. Und. Ey! Der Blaue. Ja, ich sag's ja und ich kann. Mann. Ich bin das richtig mad. Wir spielen nicht gut. Also nicht nur so, dass wir die Chance nicht machen. Wir spielen irgendwie gar nicht gut. Ist geil, ne? jetzt 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 ja jetzt aber jetzt aber direkt rein pinnöpelt und gemacht direkt rein pinnöpelt ohne vorlage er hat mir eine vorlage gegeben deswegen dachte du gehst mir erst eine vorlage habe ich gesehen so wem es auch noch nicht aufgefallen ist ich habe einen neuen kanal banner und neues profilbild natürlich vom floh gemacht der hat sich dafür bereit erklärte macht es auch ziemlich cool muss ich sagen wer es noch nicht gesehen hat kann es jetzt mal einziehen und das profilbild habe ich auch hier als das dem profilbild jetzt geändert sieht auf jeden voll sexy aus ich war es ich wusste gar nicht was ich 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 war gerade ich bin ich weiß gar nicht warum schreifst du nein ich frage ich probiere gerade aus ja dann mein controller alles klar wir haben das spiel gedreht aus dem 1 0 2 1 gemacht weil wir kurzzeitig einfach ein bisschen besser spielen als ob er geht leider nicht aber ich komm schade der blaue hat abgewählt ja wieder kurz davor abgefälscht als ob ich hätte ich jetzt krüger machen müssen aber ich dachte nicht dass da jetzt einer kommt eben weil ich werde nicht einfach im tor geblieben werde ich hoch springen können und so aber ich bin ja rückwärts gefahren um den ball dann weg zu kicken wenn am boden aufkommen aber ja soweit kam es nicht mal komm flo 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 bitte oh mein gott ich kam von der falschen richtung kann ich fahr ich fahr jetzt will er sich wieder rausgehen alter nein Achtung wenn er jetzt geht lo ich hab du bist so kacke mit dem controller nein aber alles gut ich kann es verstehen man musste ich erst mal einspielen das ist so hell es war sogar die richtige richtung ja du hast es nicht schlecht gemacht aber er kam halt noch mal und man muss also man hätte es natürlich besser machen können aber du musst dich einspielen ich habe gesagt das kann ich komplett verstehen mein mit der maus drücke ich nur boost und springen und selbst da muss ich mich eingewöhnen kommt die machen die machen er geht geht der geht tatsächlich als war das jetzt mit absicht oder nicht das ist jetzt die frage ist da ziemlich komisch aus das war aber gar nicht mit absicht ja das war einfach ein tor alles klar kommen jetzt bitte bleiben tor noch 13 sekunden da will ich jetzt nichts mehr riskieren oder auch fahr vor vor ja nein ich bin dabei vorbei hast du denn scheiße ich bin jetzt am ball vorbei kommen wir noch kommen wir gehen jetzt zwei bleiben tor wir müssen das jetzt taktisch spielen das hat dich gut ja ja natürlich ich bin damit gar nicht gar nicht judgment zu kommen soll oder ein jetzt mal verloren oder ich habe keinen wurs 0 ja alle du wolltest noch kamikaze ja gut so die tour habe ich auch nicht so habe ich auch unser tor ist leer ich krieg hat panik kommen 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 scheiße wenn er jetzt gekommen der wäre gut gekommen wäre da wirklich hätte nun nicht an die schlüsse euer euer morgen aber er kriegt ihn wieder es gibt so nicht er ist ja das für den kaputt im verhältnis war das war der buddhist auf zack aller bis auf zack bist du ja jetzt geht's los kommt jedoch hin wo bist du ich bin hier hallo ich dachte du wärst auf zack der ist aber nix der kriegt den volle kanne volle kanne der jetzt aber komm komm mach 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 es die sind immer da die spielen das besser als wir finde ich gehört also wir machen zwar druck aber die stehen gut hinten das spielt die spielen einem tor was eigentlich immer soll die sonst bekommen der in der verlängerung muss man das ein bisschen so machen nene wo auch heißt 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 jetzt geht's jetzt geht's wieder jetzt ist wieder kühler ja herr ooooh komm bitte da scheiße es war nicht schlecht von mir nur sexy ist manuel neuer nein 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 ich glaube der wäre gar nicht gegangen aber du hast mir Panik ja muss man ja ein bisschen komm jetzt bitte bitte floh der kommt nicht schlecht der kommt gut ja die Auflage ist er von mir endlich mal die Vorlage nicht Auflage manne ja hier nochmal angestüpselt und dann der Floh das war für euch nicht von mir das war irgendwie sexy auch wenn es komisch war ne ich hab gar nicht erwartet dass ich den netz treffen aber es war er war drin ok nächste Runde so nächste Runde und wir sind beide nicht gefahren weil ich cool bin ich hab das gerade vergessen gehabt komm der geht glaube ich der geht nicht ich hätte ihn noch reingemacht aber er hat ihn abgewehrt der geht Junge der geht nicht ein Experte und ein Anfänger passt vor allem dieser Kontrast einfach ein Experte und ein Anfänger Alter wie du ihn noch daneben böllerst ich wollte sagen wie du ihn fast noch daneben böllerst und dann böllerst du ihn tatsächlich daneben das wäre ein Saftor und ich dachte ja geh noch mal hin da ist ja safe in drinnen nee Mann so ne so ne scheiße danke dass du ihn gelassen hast ich hab gesagt lass und dann hast du ihn gelassen aber ich hab gemerkt dass es nicht gehört dass ich bin gar nicht hingeflogen haha Alter das machen wir jetzt schon wieder für Kamikaze Aktion Mann wir hätten einfach safe das 1 0 schon längst machen müssen sei durch und flame mich hier nicht ne sonst bin ich hier ganz schnell weg ja tschüss oh man was ist das denn schon wieder mal geht er ne ne haaa war ja 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 war ja richtig genau auf der linie du richtig seit der geht jetzt der experte Bauernstatt ja ich war aber auch gar nichts weiter auf der linie habe ich den gekratzt er hat es endlich kann ich sein hier es gibt es ja nicht er hat mir da nicht nachrichten dass jemand online geht kann es nicht irgendwie ausstellen schon ja man kann sich offline stellen ja die leute sollen wissen dass du die ganze zeit zockst mit Mike richtig er geht nicht aber er ist nicht schlecht jetzt kommt der experte kommen denn wenn du noch mal triffst ich bin nur die das war ja nicht gar nicht bei mir ist es war ja mal er sich sein hier geht immer mein freund bei mir gehen immer mal das mal an das war ich jetzt sexy uhr war richtig ich komm noch mal noch mal noch mal noch mal und du fährst aber weg ja guck taktik taktik achte durch den das ist nur noch ein anfänger jetzt nein das stört alles er ist ein freien zu einem neuen ich hatte glaube ich kurzen schlacht nein ich bin tot komm mach ihn das wäre sexy wenn du ihn triffst aber du triffst ihn nicht du weißt nicht was du machst komm bitte noch mal ja nein jetzt weh den ab glaube es hakt ja ich weiß aber anders ging es nicht ja du bist gar on point mein freund ich glaube du hast die letzten zehn bälle hast du alle verfehlt aber ansonsten passt es ja ansonsten passt es alle hast du das wieder gesehen lieber freund alter schildgründentor war das alles klar ich habe echt ein schildgründentor bekommen von rocket league challenge accepted als er war nicht eifg ist kurz vorgefahren wieder zurück ach fuck dachte ich kann ihn über hinüber hübschen hübschen vor allem was ist das für ein wort alter jetzt auflage vorlage stand zwar schlecht aber easy ich mache wieder nur die vorlagen locker easy was 4 0 komm wir rasieren sie jetzt wird noch ein 6 0 man denkt jetzt so wird nur ein 10 0 haut er jetzt raus oder so dann haut er 6 0 raus ich bin dann vorbeigefahren oh nein oh nein ich bin wieder dran vorbeigefahren ja jetzt können wir gleich leften ich bin einfach zweimal dran vorbeigefahren ich weiß nicht wo du warst aber guck hier vorbeigefahren hier vorbei so geil man sieht einfach dich gar nicht ich fahr einfach einmal vorbei dann sieht man mich nicht mehr dann komm ich nochmal fahr nochmal vorbei das ist geil ich habe die zu tun ich habe falsche tasse ja 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 ich werde mich die für die rücksicht und wiederum eigenen nein ich will nur mehr das ist ja auch dass er eilt dann besser akzeptiert Ich wusste nicht, ob er geht und dann bin ich hinterher und dann war ich so nah dran, dann dachte ich, komm, jetzt kann ich ihn auch noch klauen. Das war einfach ein Distanz-Tor. Ja, wow. Kannst du dir das vorstellen? Ich distanziere mich davon. Aua. Komm, mach mal ein Flight-Tor, Mann. Junge. Ich schätze, das ist ein falsches Einemann. Jetzt, der geht. Ja, komm, Vorlage kannst du auch machen. Junge, Alter. Ich warte sogar noch auf eine Vorlage, aber bumm, komplett weg. Weggeböllert. Ich bin tot. Ah, ich bin wieder da. Achso, aha. Junge, geh weg. Hey! Ich kick dich. Was passiert hier? Ich weiß nicht. Irgendwie ist die ganze Folge so crazy, aber... Ist okay, wir haben es zweimal gewonnen. Das war's. Bei der nächsten Folge wird es ein bisschen qualitativ besser, also von unserem Spielstil her. Wir müssen uns ein bisschen einüben, aber alles gut. Das war's für den Bart. Lasst euch doch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr auch noch ein bisschen besseres Gameplay haben wollt, dann schaut euch die letzte Folge an. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Doh. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the blood. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who do what. The where the how I'm flying. Smear the ground. My chick 1010. She can stare the sound from miles away. Hello felt kind of. Now goodbyes. Feel like a tidal wave.